Hallo Freunde, ich bin gerade unterwegs mit dem Billy. Haben die einen Stock gefunden. Billy, hier. Billy. Er gibt ihn mir nicht wieder zurück. Das ist ja mein zweiter Miniatur-Bullteria, weil eigentlich beide haben mir die Stöcke nie zurückgebracht. Billy, geh mal her, geh mal her, geh mal her, komm, geh mal her, Billy, komm, steig mal runter, geh mal runter, Billy, geh mal her, komm, ei, ei, ei. Hier, Billy, gehst du, nein, gehst du nicht. So, komm. Ja, also wie gesagt, Vorteile und Nachteile von Miniatur-Bullteria, ich habe jetzt nicht Erfahrung, dass ich ein Dutzend Miniatur-Bullteria gehabt habe, aber zwei habe ich gehabt, der erste ist mir gestorben, der Benito, weil irgendein Depp ausgerechnet auf meinem Weg Gift hingelegt hatte und ich habe es nicht gemerkt und ein Star bei mir, Billy, guck mal. Er geht zwar immer hin zum Stock, aber er bringt ihn mir nicht. und manchmal gibt es mir auch nicht mehr. Komm, Billy, gib mal her, gib mal her, gib mal her. Ich könnte natürlich auch Tauziehen machen, wenn er ein gutes Stück gewischt hat, wo er drauf beißen kann, dann habt ihr Schwierigkeiten, ihm das wieder wegzunehmen. Gebe, Billy. Na ja, außer er rutscht ab. Komm, noch ein Wurf und dann machen wir für unsere Freunde wieder aus. Okay, Billy, komm her, sag mal Tschüss. Sag mal Tschüss, Freunde. Da, den Gruß, Hundegruß. So, also Tschüss, Freunde. Aus Niedersbach, Frankfurt. Euer Hatz 4 mit dem Tierkanal Miniaturbutterien. Tschüss. Aber in der Hatz 4 mit dem Tierkanal Miniaturk